Wer will reisen oder hast du ne Ziel? Ich will. Garçon, bitte bringen Sie mir die Rechnung. Sehr gerne, der Herr. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Oh, ich zahle Bahn. Sehr gerne. Hat es Ihnen denn gemundet? Jo, war wunderbar. Das freut mich zu hören. Ihre Rechnung beträgt dann 700 Euro. So sehr ich eure Stadt genieße, die Preise sind hier wirklich fies. Ich bin besser nicht. Doch, ich wurde nur ein Geräusche. Ich bin besser. Ich bin besser. Wie ist das ein Geräusche? Untertitelung des ZDF, 2020